Die ist auch falsch. Ein bisschen Spaß muss sein. Die Tochter von Roberto Blanco. Die kann ich abhaben. Die geht gar nicht. Nee? Nee, die ist auch falsch. Meine Damen und Herren. Wen würdest du dir denn drinne wünschen, wenn du jetzt sagen könntest? Ich weiß, wer da reingeht. Ich muss mir jetzt einen anderen wünschen, der nicht reingeht. Du kannst dir ja auch einen wünschen, wo du weißt, der reingeht. Das mache ich aber nicht. Ich verrate ja nichts. Nein, wenn ich mir da reinwünschen würde, wäre mal so... Ich würde gerne mal... Wie würde ich denn gerne mal so richtig da drin so sehen? Dich. Der Prinz würde ich gerne sehen. Also wenn Peter zwiggert, an der Tür klopft, gehe ich auch. Ja, genau. Hallo meine Lieben, hier ist euer Schlageronkel Norman Lang. Und ihr seht hier den Partyprinzen, der wirklich die intimsten Geheimnisse der Stars herausbekommt. Und mich hat er so das eine oder andere Mal auch schon bekommen. Also, viel Spaß damit.